Herzlich willkommen zu unserem E-Learning-Kurs zur neuen DIN EN ISO 9001-2015. Mein Name ist Andrea Lehnert und ich freue mich, Sie durch diesen Kurs zu führen. Als Schulungsleiterin gebe ich regelmäßig Kurse zum Thema Qualitätsmanagement. Bei mir ist Wolfgang Pfeiffer. Herr Pfeiffer arbeitet als QM-Beauftragter bei der Firma Gutmann & Söhne und ist Teilnehmer unseres Kurses. Hallo Frau Lehnert. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Dann legen wir direkt los. Denn das Thema Qualitätsmanagement nach ISO 9001 ist weltweit und branchenübergreifend für Unternehmen aller Größen relevant. Rund um die Revision der Norm haben Sie sicherlich einige Fragen. Das stimmt. Ich frage mich vor allem, welche Änderungen es gegenüber der alten Norm gibt. Was muss ich beachten? Sie haben ja bereits fundierte Kenntnisse zu der ISO 9001-2008. Dann zeige ich Ihnen, was sich in Zukunft für Sie verändert. Doch lassen Sie uns von vorne beginnen. Schauen wir uns zunächst einmal den Zusammenhang der einzelnen Normen in der sogenannten Normenreihe ISO 9000 fortfolgende an. Hier können wir sehen, welche Normen sich 2015 ändern. Die ISO 9000 erklärt die Grundlagen und Begriffe und erscheint gemeinsam mit der zertifizierbaren Norm ISO 9001. Ganz neu ist die ISO 9002. Hier handelt es sich um einen Leitfaden zur Implementierung von Qualitätsmanagementsystemen. Hat die neue ISO 9002 etwas mit der DIN IN ISO 9002 1994 QM-Modell zur Qualitätssicherung zu tun? Könnte man denken, nicht wahr? Aber nein. Es handelt sich bei der neuen ISO 9002 um einen neuen Leitfaden mit einer komplett neuen Ausrichtung. Die ISO 9004 widmet sich weiterhin dem Thema Leiten und Lenken für den nachhaltigen Erfolg einer Organisation. Wie und wann im Zuge der Revision der ISO 9001 sich die ISO 9004 ändern wird, ist derzeit noch unklar. Bis zu ihrer Revision behält die ISO 9004 2009 ihre Gültigkeit. Wichtig ist für Sie vor allem, dass Sie auch die Auswirkungen der Änderungen der ISO 9001 auf andere branchenspezifische Normen kennen. Denn viele branchenspezifische Normen bauen nämlich direkt auf der ISO 9001 auf. Was bedeutet das konkret? Das heißt, wenn sich die ISO 9001 ändert, ändern sich die branchenspezifischen Normen ebenfalls. Beispielsweise wirkt sich die Änderung auf die ISO TS 16949 für die Automobilindustrie oder auf die ISO 13485 für die Medizintechnik aus. Was erwartet mich? Welche grundlegenden Änderungen gibt es bei der ISO 9001 2015? Da kann ich Ihnen an der Stelle schon ein paar Stichpunkte nennen, bevor wir im Folgenden auf die Punkte genauer eingehen. Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Norm eine neue Struktur erhalten hat. Diese Struktur ist eine Sollstruktur für alle zukünftigen Management-Systeme, die sogenannte High-Level-Structure. Außerdem sind neue Themen und Forderungen enthalten. So sollen beispielsweise Risiken und Chancen betrachtet werden. Um das Verständnis und die Anwendung des Prozessansatzes zu verbessern, gibt es weniger vorgeschriebene Forderungen. Kann man sagen, die neue ISO 9001 ist weniger regulativ? Genau. In Bezug auf die Anforderungen an die dokumentierten Informationen ist die ISO 9001 nun flexibler. Den Organisationen wird mehr Handlungsspielraum gewährt. Es wird außerdem berücksichtigt, dass Organisationen nicht von ihrem Umfeld losgelöst agieren, sondern vielmehr von ihrem Umfeld beeinflusst werden. Generell ist die neue ISO 9001 wesentlich strategischer ausgerichtet als ihre Vorgängerin. Wir haben die neue Struktur der ISO 9001 bereits erwähnt. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die neue Struktur werfen. In der ISO 9001 2015 erfolgt die Umstellung auf die sogenannte High-Level-Structure. Das bedeutet, dass die Ersteller von Normen für Managementsysteme künftig die gleiche Abschnittstruktur und Gliederung sowie einheitliche Textbausteine und Terminologien verwenden sollen. Damit ist gewährleistet, dass in allen Managementsystemnormen gemeinsame Abschnittüberschriften und Haupttexte genutzt werden. Der Vorteil der High-Level-Structure liegt auf der Hand. Da sich zum Beispiel sowohl die ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme und die künftige ISO 45001 für Arbeitsschutzmanagementsysteme an der High-Level-Structure orientieren werden, erleichtert dies die Kompatibilität für integrierte Managementsysteme wesentlich. Und die Anwender finden sich leichter innerhalb der unterschiedlichen Normen zurecht. Lassen Sie uns einen Blick auf die Abschnitte im Einzelnen werfen. Während sich die Abschnitte 1 bis 3 weitgehend mit der Vorgängerversion decken, ist ab Abschnitt 4 ein Umdenken für Sie als Anwender der Norm notwendig. Auf den ersten Blick fällt auf, dass die neue ISO 9001 zwei Abschnitte mehr aufweist. Also wurden die Inhalte erweitert? Nein, nicht direkt. Es handelt sich in einigen Fällen lediglich um eine Umstrukturierung der bestehenden Inhalte und Abschnitte. Am besten schauen wir uns dazu das Prozessmodell der ISO 9001 an. Sie kennen bereits das Prozessmodell der ISO 9001 2008. Dieses Modell beschreibt weiterhin die Prozessidee der Norm und den Zusammenhang der einzelnen Normabschnitte. Das Prozessmodell wird Ihnen in diesem E-Learning-Kurs noch öfter begegnen und dient Ihnen zur Orientierung. Sie können in dieser Grafik die verschiedenen Abschnitte anklicken und gelangen automatisch an die entsprechende Stelle. Achten Sie darauf, dass Sie am Ende mit allen Abschnitten vertraut sind. Die Abschnitte 1 bis 3 weisen keine wesentlichen Änderungen auf. Dennoch möchte ich noch etwas vorweg schicken. Der Anwendungsbereich der ISO 9001 hat sich nicht geändert. So bezieht sich auch die ISO 9001 2015 auf das Qualitätsmanagement für die Bereitstellung von Produkten oder Dienstleistungen und die Erhöhung der Kundenzufriedenheit. Alle folgenden Abschnitte sind also immer unter dem Produkt- und Dienstleistungsbezug zu betrachten. Die ISO 9001 2015 beinhaltet weitreichende Änderungen gegenüber der ISO 9001 2008. Wenn Sie sich noch intensiver mit den neuen Regelungen vertraut machen wollen, besuchen Sie doch eines unserer Präsenzseminare. Bei unserem 1-Tages-Update, die neue ISO 9001 2015, machen wir Sie mit den anstehenden Änderungen vertraut und besprechen mit Ihnen, wie sich die Forderungen der neuen ISO interpretieren lassen. Wir diskutieren mit Ihnen die Herausforderungen und Chancen, die die neue ISO bietet und geben Ihnen wertvolle Tipps für die Umstellung. Für all diejenigen, die mit dem Qualitätsmanagement betraut sind, bieten wir unser 3-Tages-Update mit Zertifikatsaktualisierung an. Die neue ISO 9001 2015 im Detail. Neben dem Überblick über die anstehenden Änderungen und der Interpretation widmet sich dieser Kurs auch der Ausgestaltung der Normforderungen. Wir blicken auf die Herausforderungen und Chancen, die die neue ISO bietet und Sie können sich in vielen verschiedenen Gruppenübungen ganz praktisch damit vertraut machen, welche Auswirkungen die neuen Forderungen für Ihre Unternehmenspraxis bedeuten werden. Der Eintageskurs Auditieren nach der ISO 9001 2015 richtet sich an interne und externe Auditoren, die sich bereits ausführlich mit der DIN EN ISO 9001 2015 beschäftigt haben. Dieser Seminartag soll die Teilnehmer gezielt auf die Auswirkungen der Normenrevision für die Auditpraxis vorbereiten. Für weitere Informationen zu unseren Kursen werfen Sie doch einfach einen Blick auf die Website der TÜV Südakademie. Wir freuen uns auf Sie!